Yuan hatte erfahren, dass die Sinne durch Angst gelähmt werden, während innerer Frieden diese schärft und beflügelt. In den folgenden Wochen im Kloster lernte sie, die Kampfbewegungen nahezu perfekt auszuführen. Doch mit dem Wissen, keine Familie mehr zu haben, wollte sie umso mehr das Land der tausend Träume finden. Fu spürte ihre Sehnsucht und nahm sie eines Tages mit auf einen Ausflug. Er erklärte ihr, dass alle Kinder Talente hätten und auch viele wahrnehmen könnten, was kommt, weil sie auf ihre Eingebungen und Empfindsamkeit achten würden. Das hätte nichts mit blauen Augen oder Hellsehen zu tun. Weitsicht eröffnet den Blick hinter die Fassade und lässt er ahnen, was passieren wird, sprach Fu. Dann blieb er stehen. Yuan hatte nicht bemerkt, dass sie an einem wunderschönen Ort angekommen waren. Willkommen in die Fenn, lud fuhr sie ein. Willkommen beim Fest des wahren Sehens. Das mag thisいます. Untertitelung. BR 2018 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 Bravo! Applaus 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 Applaus